hallo zusammen folge acht einfach mal machen der podcast heute geht es wieder richtig zur sache ich freue mich dass der jüngste landrat deutschlands da ist er kommt aus niedersachsen und heißt marco prietz schön dass du da bist und karl josef laumann er sitzt im präsidium der cdu deutschlands und ist minister für arbeit und gesundheit in nordrhein-westfalen ein urgestein der union sie kennen ihn alle herzlich willkommen karl josef laumann ja hallo marco prietz der jüngste landrat deutschlands von der cdu wann bist du landrat geworden vor knapp zwei jahren im herbst 21 darf man das fragen wie alt oder was 33 33 war das immer dein ziel nein das sind dinge die ergeben sich sowas kann man nicht planen aber jetzt wo ich bin macht das große freude sehr gut einfach mal machen heißt dieser podcast kann man das als landrat oder ist man an regelungen so gebunden dass man gar nicht machen kann also an vielen stellen würde ich gerne mehr so handeln können wie ich es gerne wollte wir sind natürlich als landkreise stark an das gebunden was uns die gesetze und verordnung des landes des bundes vorgeben aber trotzdem haben wir auch gestaltungsspielräume und die zu erkennen und zu nutzen das ist auch die aufgabe eines landrats ja karl josef laumann mich sprechen viele bürgerinnen und bürger an und sagen immer der karl josef laumann der ist der ist so wie er ist und er sagt immer das was er denkt solche politiker sind rar gesät warum gibt es solche politiker nicht mehr die die das sagen was sie denken sondern es ist alles ein bisschen kommerzieller geworden man sich gut darstellen und ja ich glaube dass das also erstmal ist es vollkommener quatsch zu sagen dass heute die neue politiker generation ich sag was sie denkt die sagt ist einfach anders und wir sind ja alle kinder unserer zeit ich bin halt anders groß geworden wie menschen die jetzt 30 jahre jünger sind wie ich oder 40 jahre jünger sind bin ja noch zum beispiel in einem ganz kleinen dorf in ein absolut katholisches milieu groß geworden dann damals war es einfach üblich dass man aus bestimmten schichten auch nicht zum gymnasium ging sondern die volksschule war nicht umsonst der volksschule da gegen 80 prozent der kinder in unserem dorf hin wir haben dann anschließend aber alle unseren weg gemacht als guter handwerker über den zweiten bildungsweg viele meiner klassenkameradinnen und klassenkameraden wir haben in deutschland finde ich eine für unser berufsleben ich bin jetzt 50 jahre im berufsleben eine fantastische zeit gehabt wenn man das mal im nachhinein sagen darf wo man auch eine tiefe dankbarkeit empfindet das will ich auch mal in aller deutlichkeit sagen für diese lebenszeit in dieser geschichtszeit deutschland zu haben ich bin ja die erste generation mit meinen geschwistern in meiner familie die kein kriech erlebt hat mein papa war seine brüder in russland wann großvater und seine brüder waren im ersten weltkrieg in unsere familie sind viele leute gefallen und wenn man dann sieht dass wir hier in fried und freiheit leben dann finde ich kann man deutschland und dem was deutschland ausmacht und im übrigen auch die leistungen der cdu in diesen 75 jahren nur sehr dankbar sein so und ich bin so ein typ ich sag was ich denke weil ich mir aber schon was ich sage ich meine so dumm bin ich ja nur auch nicht ich glaube dass eine ganz wichtige sache ist dass wir normal reden dass wir mit einfachen wörtern reden viele für viele menschen ist doch politik in ihrem täglichen leben eine nebensache und wir setzen immer so voraus oft in debatten als wenn man alles weiß und deswegen finde ich muss man fremdwörter vermeiden einfach sich ausdrücken und die leute müssen merken dass das was man sagt dass man das auch ehrlich meint dass man das auch machen möchte und dann glaube ich kann man daraus auch ein bisschen machen ja josef laumann sagt es gerade dass dieses land ja auch viel glück gehabt hat aber auch viel aufgebaut hat selbst die menschen waren die das leben selbst in die hand genommen haben der gesellschaftliche zusammenhalt war immer gegeben und jetzt spüren wir seit einigen jahren dass der gesellschaftliche zusammenhalt abnimmt ihr kommt beide vom dorf aus der kommunalpolitik da sieht man es ja dann auch konkret und joachim gauck hat mal den bekannten satz gesagt unser herz ist weit unsere möglichkeiten sind endlich leider wird das jetzt wirklichkeit wie nimmst du das in der kommune war so erst mal nehme ich war dass auch in den regionen zu denen ich unseren kreis mal zählen möchte die an und für sich gesund aufgestellt sind wir haben viel mittelstand wir haben ein regels vereinsleben wir haben überwiegend auch ganz intakte familien und nachbarschaftsverhältnisse selbst in diesen bereichen hat es schon einen strukturwandel gegeben gerade im ländlichen raum das ist dann irgendwann mal die grundschule die geschlossen wurde das ist vielleicht auch mal ein krankenhaus das geschlossen wurde oder das ist die gastwirtschaft die nicht mehr da ist der kaufmannsladen da ist unheimlich viel schon passiert im ländlichen raum an strukturwandel und dieses gefühl dass man in teilen weniger hat als vorher und das dinge die immer selbstverständlich waren jetzt nicht mehr da sind das trifft jetzt eben auf neue herausforderungen über die wir sprechen müssen und da ist eine der herausforderungen sicherlich die zahlen der flüchtlinge die nach deutschland kommt ist ein thema andere mehr aber der strukturwandel der fordert die gesellschaft schon heraus auch in sogenannten intakten ländlichen rollen das ist ein riesen thema jetzt erzähl erstmal aus dem aus dem alltag wie macht sich das wirklich bemerkbar diese überforderung mal ganz konkret in deinem landkreis ja das eine ist wir haben seit einigen jahren einen totalen mangel an wohnraum beziehungsweise an der entstehung von wohnraum es ist so dass das ein familienhaus das gerade auf dem dorf ja für die leute sowas wie der traum im leben na ein haus eine solle es auch weiter bleiben aber es ist für viele wirklich unbezahlbar geworden das stellen wir gerade moment fest und das macht auch was mit den menschen das macht auch was mit einer jungen familie wenn die feststellt wir können uns recken und strecken wie wir wollen aber wir kriegen am ende dieses haus bei den baupreisen und den zinsen jetzt kriegen das nicht mehr finanziert wir haben aber auch im bereich der mietwohnung beispielsweise große probleme und gleichzeitig haben wir eben bei mir im kreis die situation dass jede woche 40 50 flüchtlinge zugewiesen werden vom land niedersachsen und dass die gemeinden sehen müssen wo bringen sie die unter und da trifft im grunde eine wachsende nachfrage nach wohnraum auf einen stillstand in der in der bauwirtschaft der wohnungsbauwirtschaft das in kombination ganz praktisch gesprochen führt zum beispiel dazu dass selbst in kleineren orten momentan die leute schwierigkeiten haben eine immobilie zu finden oder eine wohnung zu mieten das sorgt dann eben auch für gesprächsstoff vor ort und die flüchtlinge unterzubekommen funktioniert trotzdem noch unterschiedlich in manchen gemeinden gelingt es noch dezentral die sagen aber auch in zwei drei vier vier fünf monaten ist irgendwann schluss es gibt aber auch gemeinden die sind schon dazu übergegangen container aufzustellen es gibt auch gemeinden die haben schon sporthallen gesperrt es gibt andere die das angekündigt haben für die nächste zeit und das ist natürlich etwas das auch für sozialen sprengstoff sorgt wenn man dann dem sportverein sagt hör mal zu deine hallenzeiten stehen nicht mehr so zur verfügung du musst jetzt eine andere halle teilen mit anderen vereinen das ist nicht ist nicht ganz ohne also ich würde sagen fünf vor zwölf ist ja das beliebte bild das viele benutzen das sagen wir auch schon seit jahren ich würde sagen wir sind schon einen schritt weiter wir müssen die uhr wieder zurückstellen sozusagen wie auch immer ja karl josef laumann wir sind ja eigentlich ein land was humanität groß schreibt aber wenn du überfordert wirst besteht ja nicht die gefahr dass dann eben irgendwann niemandem geholfen ist weil sowohl diejenigen die hier sind und eigentlich mit offenen armen da stehen sagen ich kann einfach nicht mehr und diejenigen die kommen auch nicht mehr richtig geschult und bewohnt werden ohne frage ist das ja so weil ich immer vorweg sagen ich stehe schon dafür ein auch als person auch als christ dass menschen die hier sind anständig behandelt werden auch jeder mensch ist aus meiner tiefen überzeugung an ebenbild gottes und hat eine würde aber wir müssen auch ganz den realismus einfach mal sehen ich glaube dass es gut ist dass wir in deutschland klar auch im grundgesetz geregelt haben dass menschen die so verfolgt werden dass sie angst um ihr leben haben müssen hier aufgenommen werden auch jede chance kriegen sich hier zu integrieren auch mit ihren familien mit ihren kindern aber wenn wir dieses große gut erhalten wollen was unsere mütter und väter in die verfassung geschrieben was ja im übrigen alles menschen waren die zeitzeugen der judenverfolgung waren und mitbekommen haben wie das so war wenn andere länder sie nicht mehr aufgenommen haben dass sie dann schutzlos der hitler systematik ausgeliefert waren das war ja glaube ich wohl der grund warum die so gedacht haben und das wollen wir ja auch glaube ich wirklich in unserer deutschen staatskultur behalten aber da müssen wir auf der anderen seite natürlich auch sagen wer zu uns kommt sicherlich auch aus gründen dass er in einem armen land lebt wo er schlechte perspektiven hat aber das ist nicht das deutsche asylrecht und ich finde da müssen wir in der demokratischen mitte lösungen finden wie wir das wieder stärker auf das deutsche asylrecht zurückführen ich glaube dann werden wir auch in der bevölkerung eine gute stimmung für die aufnahme von flüchtlingen behalten und ich habe schon das gefühl dass das gibt zurzeit einfach die stimmung gibt und will das ja gar nicht so sehr an einzelne beispiele festmachen aber wenn ich durch meinen wahlkreis in tecklenburger land unterwegs bin meine bürger ist ja auch eine sehr ländliche region die bürermeister machen es oft jahrelang sind schon länger im amt die sagen mir einfach wir wissen es nicht mehr wie wir es lösen sollen vor allem natürlich auch die wohnproblematik man möchte es gerade in den ländlichen gebieten auch gerne dezentral machen nicht mit großen ja mit vielen menschen auf engen raum an einer stelle dass das funktioniert immer schlechter man muss auch sagen unsere schulministerin in nordrhein-westfalen beneide ich nicht schauen sie die hat heute in ihren schulen in nordrhein-westfalen hunderttausend kinder wo wir vor zwei jahren noch gar nicht wussten dass die nach deutschland kommen die brauchen alle einen klassenraum 100.000 in zwei jahren zusätzlich in den schulen wir haben hunderttausend zusätzliche schülerinnen schüler über die fluchtbewegung und ich sage immer wir haben vor zwei drei jahren nicht gewusst dass diese kinder in nordrhein-westfalen zur schule gehen wir konnten es also auch nicht planen alle diese kinder brauchen platz in der schule alle diese kinder brauchen selbstverständlich ein lehrer entschuldigung und deswegen muss man auch sehen dass das natürlich unsere systeme wirklich auch bis an die kante ausschöpft jetzt will ich ganz klar sagen wenn ein flüchtlingskind in deutschland ist dann muss es natürlich haben wir es auch lieb und dann soll es auch zur schule gehen also es geht jetzt nicht um das einzelne kind sondern es geht darum dass wir als politiker kennen müssen hier ist eine systematik die wir mal ein bisschen loslösen müssen von einzelnen gesichtern von einzelnen personen die wir kennen sondern wir müssen das in den system lösen weil ich glaube dass ansonsten die stimmung auch auch in der mitte der gesellschaft so wird dass man sagt naja wir wollen das nicht mehr und das wäre das schlimmste und würde nach meiner meinung auch nur der afd in die hände spielen und ich glaube da sind wir als christdemokraten uns alle einig dass diese partei nun wirklich nichts gutes hat jetzt hat friedrich märz gesagt wir brauchen hier einen pakt für oder gegen illegale migration dem kanzler das angeboten in den 90er jahren hatten wir mal so ein fall dass die zahlen auch sehr hoch waren und dass man dann parteiübergreifend zusammengearbeitet hat ist das der richtige weg jetzt das ist der einzige weg wir haben bei uns in der kommunalpolitik und das ist genau das was ich so schätze an dieser ebene da spielen parteien kaum eine rolle wenn es um solche fragen geht wir haben bürgermeister diese mitglied der cdu werden bürgermeister diesen mitglied der spd werden viele parteilose bürgermeister wir haben im kreistag fast alle abstimmungen in diesen angelegenheiten einvernehmlichen einstimmig in einem ganz sachlichen ruhigen ton ohne jede schärfe und wir sind uns alle einig dass die situation so wie sie jetzt ist nicht bleiben kann und sich dringend ändern muss und ich würde mir manchmal wünschen dass man diesen zusammenhalt auch dieses gemeinsame verständnis für die sache die das wir auf kommunaler ebene haben dass wir dieses gemeinsame verständnis auf die höhere politische ebene ziehen und einen grundkonsens schaffen in der bundespolitik wo wir sagen erst mal beim lagebild wir sind uns einig so wie es jetzt ist kann es nicht bleiben und wir müssen gemeinsam etwas tun unabhängig davon wer gerade regiert und die mehrheit hat das würde ich mir sehr wünschen das ist glaube ich auch der einzige weg um an einem so fundamentalen thema etwas nachhaltig zu verändern ja dann muss man natürlich darüber reden was man konkret machen kann natürlich sind uns europäische antworten am liebsten aber es ist einfach so dass es zwar jetzt nicht mehr lange zeit haben aufgrund eurer berichte wir haben ja in den vergangenen jahren immer wieder von europäischen lösungen gehört dass die kommen müssen das bleibt auch richtig ich glaube dass das ist nicht falsch die aussage nur wir haben jetzt auch vergeblich gewartet viele jahre auf solche lösungen und ich finde wir sind auch an einem punkt angekommen wo wir keine denkverbote mehr brauchen bei dem was wir vielleicht national oder auch vor ort tun können was ich feststelle ist dass wenn flüchtlinge da sind unabhängig von ihrer bleibeperspektive dann bleiben sie ja fast immer wir haben bei uns im landkreis in diesem jahr 38 menschen abgeschoben 38 und das hat erheblich viel kraft gekostet und da sind leute darunter wo ich sage die hätten schon längst raus sein müssen da reden wir auch zum teil über straftäter wir reden aber auch über tragische geschichten wir reden auch über fälle ein ganz konkreter fall der mich gerade sehr umtreibt eine familie aus kolumbien die ist eingereist die hat keine bleibeperspektive beide eltern arbeiten der unternehmer sagt mir marco ich brauche diese leute die arbeiten gut die sind fleißig die machen hier mit die zahlen für ihren lebensunterhalt selbst bekommen keine sozialleistung die kinder integrieren sich toll in kita und schule machen mit der pastor sagt mir eigentlich vorbildlich aber trotzdem müssen wir diese familie dazu bewegen freiwillig wieder auszureisen weil sie keine bleibeperspektive haben und wir haben andere fälle von leuten die wo wir sagen mein gott die integrieren sich nicht die machen nicht mit die machen uns probleme und die werden wir da nicht los und deshalb ist meine erste große bitte dass wir dass die länder nach möglichkeit dahin kommen dass sie flüchtlinge ohne bleibeperspektive gar nicht erst in die fläche verteilen weil wenn die bei mir im landkreis sind die gemeinde hat die untergebracht eine wohnung eingerichtet für die und die sind da angekommen dann kriegen wir die auch im falle eines ablehnungs bescheides am ende nicht wieder zurückgeführt weil die zahlen einfach zu groß sind kommen zurück auf die zahl 38 haben wir zurückgeführt in diesem jahr 1000 flüchtlinge sind bereits in diesem jahr in unseren landkreis gekommen bei der familie aus kolumbien würde ich einfach mal empfehlen zu schauen ich bin mir sicher dass die legal über das fachkräfte einmahnungsgesetz kommen das machen wir dann auch empfehlen den das auch vor allen dingen sagen wir den reist jetzt freiwillig aus dann kriegt ihr keine wieder einreise sperre genau und dann aus kümmert euch um euer visum kontakt zum arbeitgeber haltet kontakt zur kommune und dann könnt ihr möglicherweise auch wieder zurückkommen aber es ist trotzdem etwas das schmerzt und wo ich auch wo ich auch die sind nun nicht lange da muss man dazu sagen aber wo ich auch sage das ist für die für die für die kinder beispielsweise und für die auch für die eltern und für das gesamte umfeld keine schöne erfahrung aber bei uns bleiben da auch keine anderen möglichkeiten jetzt gibt es einen punkt worüber immer gesprochen wird das thema sachleistung du hast gerade ein zwei andere lösungen angesprochen aber das thema sachleistung selbst bei abgelehnten asylbewerbern die eigentlich ausreisen müssen weiter geldleistung gezahlt werden ich meine die frage ist warum sperren sich die kommunen so und die landkreise ist es das immer was ich höre das muss man einfach mal ehrlich ehrlicherweise zugeben ist es zu viel bürokratie oder was ist der punkt ja ich glaube dass das der entscheidende punkt war in den vergangenen jahren man muss sehen unsere ausländerbehörden sind alle maßlos überlastet die mitarbeiter haben überstunden ohne ende das geht einher in allen kommunen mit fehlzeiten mit erkrankungen und ähnlichen mehr es ist schwierig diese stellen zu besetzen weil natürlich auch die bewerber auf dem arbeitsmarkt wissen ausländerbehörde ist kein leichtes geschäft da habe ich schwierigste themen mit verschiedenen sprachen und viel druck und den ganzen tag rufen die die asylbewerber an sie stehen vor der tür sie wollen irgendwie eine klarheit haben über ihren aufenthaltsstatus also die ausländerbehörden sind überlastet die sozialen da sind überlastet unsere jobcenter auch und mein eindruck ist dass daraus entstanden ist dass viele bürgermeister und landräte gesagt haben wir können das mit den sachleistungen nicht stemmen deshalb braucht es eine einfache lösung nach meiner überzeugung müssen wir die anzahl der faktoren die menschen auf der welt dazu bringen nach deutschland zu kommen unbedingt reduzieren die dürfen sich gar nicht erst auf den weg machen in so großer zahl und deshalb ist das thema sachleistung so wichtig weil es einen unterschied macht ob ich eine chip karte habe mit der ich im supermarkt meine lebensmittel und die dinge des täglichen bedarfs einkaufen kann oder ob ich geld bekomme über das ich frei verfüge das ist attraktiver geldleistungen sind attraktiver und wenn wir sagen wir müssen deutschland im vergleich zu europäischen nachbar staaten unattraktiver machen als ziel land dann müssen wir diesen weg der sachleistung beschreiten aber nicht jeder landkreis für sich mit seinem system sondern da brauchen wir kluge systeme auf landes und bundesebene die jeder landkreis dann später nutzen kann marco pries spricht sich aus für sachleistungen und wie könnte man es umsetzen bräuchte man wahrscheinlich ein bundeseinheitliches system das jetzt nicht wieder jeder landkreis anfängt eigene karten eigene schnittstellen eigene systeme eigene bürokratie aufzubauen jeder landkreis schon gar nicht dass das würde niemals funktionieren das ist insgesamt ein thema das uns bei der digitalisierung sehr hemmt diese der föderalismus der an und für sich etwas gutes ist den ich auch sehr schätze auch dieses miteinander von bund und ländern das finde ich zeichnet deutschland auch aus aber an bestimmten stellen etwa bei der digitalisierung wird das zum hemmschuh weil jedes bundesland macht was für sich und ich bin der meinung für so eine aufgabenstellung muss es doch ein system geben auf das alle zurückgreifen können gut also einfach mal machen genau karl josef laumann hier war gerade das thema kolumbien es geht um das thema arbeit es gibt viele menschen nicht nur zugewanderte auch andere die in deutschland eigentlich arbeiten könnten man hört ja hier und da dass selbst die gastronomie nur noch an bestimmten tagen aufmacht mittags schließt und so weiter und irgendwie hat man das gefühl dass es da so ein dismatch gibt also das ist so richtig nicht funktioniert du bist arbeitsminister in nordrhein-westfalen was läuft da schief ja es ist auf jeden fall ohne frage so dass wir immer noch relativ viele menschen haben die auch schon sehr lange arbeitslos sind jetzt will ich nicht verkennen dass darunter auch menschen sind die auch andere probleme haben wie das problem der arbeitslosigkeit man muss ja einfach sagen wir haben uns in deutschland ja mal vor vielen jahren entschieden eine relativ hohe hürde bei der erwerbsunfähigkeitsrente zu machen wir haben viele leute in deutschland der langzeit aber so sicher die werden in holland längst verrentet das muss man auch mal sagen weil wir die arbeitsmarkt bedingte erwerbsunfähigkeitsrente abgeschafft haben aber dennoch wir haben da einfach menschen die glaube ich wir müssen einfach unsere behörden die jobcenter ganz eindeutig sie müssen wieder mehr in die vermittlung so das hat ja auch eine geschichte wir haben corona gehabt da hat man auch kontakte gemieden dann haben wir politisch entschieden die soloselbstständigen sollen alle in die grundsicherung wir wollten dass da keine vermögensüberprüfung stattfinden also haben wir den jobcenter gesagt prüft gar nichts mehr weil wir nicht wollen dass bei soloselbstständigen geprüft wird müssen wir ja auch mal ehrlich so zugeben und dann habe ich den eindruck haben die nur noch ausgezahlt 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 dann haben wir das kurzarbeitergeld ganz nach oben gedrückt das musste auch von der verwaltung irgendwie gemacht werden und ich finde wir bis jetzt mal so ein punkt setzen und sagen leute wir müssen jetzt wirklich wieder uns ganz stark um die vermittlung kümmern und das ist hat auch wieder mit abstanz für den sozialstaat zu tun wenn also der gast wird sagt ich kann nur noch donnerstag freitag samstags sonntags auf haben weil ich für die anderen tage kein personal habe oder die leute sagen ja ich mache die das catering aber ihr müsst euch schon selber bedienen weil ich da kein personal neben stellen kann das sind ja alles sachen die wir jetzt jeden tag wenn man sich mal ein bisschen umhört hört und das sind ja viele arbeiten wo ich jetzt noch mal ganz platt sage das sind keine raketen wissenschaften das muss man nur machen wollen dann müssen wir auch sehen dass wir das hinkriegen und ich habe mir jetzt ganz schwer vorgenommen wir sind ja in der landesebene auch da verantwortlich wir haben ja die fachaufsicht über die kommunalen jobcenter das sind ja ein drittel der jobcenter in deutschland auch bei uns in nordrhein westfalen ich habe die sehr stark in landkreisen ich habe sie aber auch in ein paar großen städten und ich möchte mich jetzt wirklich mal mit den landräten mit den oberbürgermeistern zusammensetzen mit ihren sozialdezernenten was wir denn tun können dass wir da wieder stärker auch mal eine offensive machen über einen längeren zeitraum um einfach mal zu gucken kriegt man da was hin ich finde wir müssen es einfach mal machen ich kann euch nicht sagen oder keinen sagen ob wieder erfolgreich sein werden aber wir müssen jetzt einfach mal sagen wir machen jetzt hier mal einen schwerpunkt wir machen es einfach mal und gucken was passiert und und werden das auch natürlich auch begleiten dass wir nachher über die ergebnisse berichten können also das finde ich jetzt an und dahinter steckt ja nicht für mich die vorstellung dass ich jetzt die leute irgendwie dran anzieren will sondern wir brauchen fachkräfte wir brauchen eine fachkräfteoffensive aber ich finde ganz wichtig ist dass die fachkräfteoffensive in deutschland auch so ist dass die menschen die hier leben und nicht im arbeitsmarkt integriert sind nicht sehen jetzt holen sie überall woanders leute her und ich habe immer noch nichts sondern ich möchte dass die menschen die hier sind auch das gefühl haben das ist den staat nicht ganz egal wie es mir geht und ich sage mal eins als jemand der sehr sehr lange sozialpolitik macht ich kann armut nicht mit sozialleistungen bekämpfen ich kann armut nur bekämpfen wenn ich die menschen in eine arbeit bringe wo sie auch eine möglichkeit haben durch fleiß aufzusteigen verdammt noch mal das ist doch ein ein vernünftiges menschenbild nicht mit schecks sozialpolitik zu machen sondern sozialpolitik zu machen über teilhabe ich meine jetzt mal das werden uns jetzt ja viele leute zu wenn du morgens wach wirst und du hast keinen grund aufzustehen weil du nirgendwo erwartet wirst das ist doch ja ist doch schrecklich ja unwürdig und das ist das ist das ist nicht das ist doch nicht das leben wie wir uns das als christen vorstellen dass man dass man sich in der gesellschaft engagiert dass man durch arbeit ein selbstwertgefühl hat ich glaube selbstverdientes geld ist ganz was anderes wie bekommenes geld auch in der in der wertschätzung wenn man es ausgibt und wenn man sich darüber freut dass man sich davon auch mal was kaufen kann was einem freude macht und deswegen bin ich da so hinterher auch wenn menschen es vielleicht ein bisschen verliert haben weil sie viele jahre pech hatten ich finde wir müssen sie an die hand nehmen und in arbeit bringen so und jetzt habe ich in meinem langen politischen leben zum ersten mal die situation dass wir jobs haben dass wir jobs ohne ende haben und wenn jetzt ein arbeitsminister diese chance nicht nutzt die leute dahin zu kriegen ja ich finde dann hat er irgendwie seinen posten verfehlt starkes statement mensch also wirklich toll es gibt länder die gehen noch einen schritt weiter dänemark und die niederlande in dänemark musst du nach sechs monaten einen job annehmen wenn du arbeiten kannst und nimmst du den nicht an musst du gemeinnützig tätig sein und da geht es immer schnell auf die kommunen zu wir hatten diese debatte mal vor zehn 15 jahren da haben die handwerker gesagt die nehmen uns alle die jobs weg das thema ist finde ich jetzt mehr oder weniger durch und da ist die frage wert ihr in der lage im landkreis wärst du in der lage gemeinnützige tätigkeiten anzubieten was ja auch positiv ist also wie karl josef laumann sagt man gibt den menschen einen sinn ja des tages ablaufs und du ja fühlst dich auch toller wenn du abends nach hause kommst und hast was gemacht wäre das in deutschland sowie in dänemark umsetzbar zumindest sollten wir mal in die richtung denken und auch handeln ich kann mich gut daran erinnern ich habe mal als als schüler in den sommerferien beim städtischen bauhof gearbeitet und zu der zeit das ist jetzt natürlich schon ein bisschen her ich doch 20 jahre her zu der zeit gab es die ein euro jobs die gibt es ja in dem sinne so nicht mehr und die wollen ja auch durchaus kritisch diskutiert aber ich habe damals erlebt wie wie zwei leute die mit mir dort gearbeitet haben als ein euro jobber die sgb 2 bekommen haben wie die es war ja eigentlich kein ein euro job man hat ja nebenbei noch leisten hat natürlich man hat den euro zusätzlich zwar nicht ein euro sondern auch irgendwas aber fakt war diese leute haben das erste mal in dem leben gefühlt wie das ist morgens anzukommen beim bauhof eingeteilt zu werden mitgenommen zu werden und wenn es nur die beete waren die sie gemeinsam mitgemacht haben sie wurden gebraucht und sie haben sich integriert gefühlt und diese beiden leute haben auf mich den eindruck gemacht die waren noch nie so stolz in dem leben und das das gefühl das ist ein bisschen abhandengekommen und ich möchte schon zum bürgergeld ganz klar auch kritik äußern aus sicht eines landkreises wir haben auch ein jobcenter und es ist für auch für die mitarbeiter in diesem jobcenter kein geschenk was da passiert ist mit der bürgergeld reform weil wir feststellen wir haben wir haben nicht die möglichkeiten auf die leute so einfluss zu nehmen wie wir es gerne hätten wir haben keine 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 sanktionsmöglichkeiten wenn leute arbeitsgelegenheiten nicht annehmen wenn sie nicht zu schulung gehen nicht zu kursen gehen wir können dann nicht eingreifen das ist etwas das ist schwierig ich fand den grundsatz fördern und fordern immer richtig und ich glaube wir müssen auch stärker wieder diese richtung denken denn was ich tagtäglich höre wenn ich im landkreis unterwegs bin und auch in meinem freundeskreis sehe wo viele leute auf dem bau arbeiten als handwerker die jeden morgen um fünf aufstehen um halb sechs das haus verlassen nie ihre kinder in die kita bringen oder morgens zur schule verabschieden können diese leute haben kein verständnis dafür dass sie tag ein tag aus hart arbeiten und am monatsende gefühlt oder tatsächlich nicht sehr viel mehr haben als leute die dauerhaft in sozialleistungsbezug sind mit mehreren kindern und sich in dieser situation eingerichtet haben und das zu durchbrechen das geht von beiden seiten man muss angebote machen dazu gehören solche die gehören auch fördermaßnahmen dazu gehören arbeitsplätze ausbildungsplätze oder auch möglichkeiten sich anderweitig zu engagieren aber muss auf der anderen seite auch ein instrument haben um im zweifel mal nachzuhelfen und dieses instrument haben wir nicht das ist nicht gut und ich glaube dass das für viele leute dazu beiträgt dass sie momentan den eindruck haben es geht nicht gerecht zu diesem land und dieses gefühl kann ich unter den teppich kehren und ich kann es abweisen kann sagen das ist eben so oder ich kann das als politiker ernst nehmen und nach lösungen suchen wie wir das wieder ein stück zusammenbringen absolut das ist auch das was uns wieder gespiegelt wird und deswegen erarbeiten wir auch einen reformvorschlag für das bürgergeld ich finde schon den begriff irreführend weil er suggeriert dass es jedem bürger zusteht ich würde gerne in die schlussrunde kommen das thema ist hier einfach mal machen bevor wir gleich noch eine runde kickern ich war gestern abend wieder auf einer veranstaltung gestern nachmittag habe ich mit unternehmer gesprochen aber auch mit bürgern die haben einfach das gefühl und deswegen will ich es noch mal ansprechen werden das ja auch heute dass sie in bürokratie erstitten sticken überreguliert werden dass dieses land sich zu tode reguliert und josef du bist du bist ja ein mann der nicht labert sondern einfach macht wie kommen wir da raus wenn wir da nicht rauskommen dann dann war es das dann können wir einpacken im vergleich zu anderen ländern die aufbruch und erneuerung wollen wie wie schaffen wir das also ich bin jetzt ja auch schon etwas länger minister und desto älter ich werde desto ungeduldiger werde ich weil ich immer nur höre was nicht geht selbst ich und ich glaube wirklich erst einmal unser der ganze öffentliche dienst ist ein bisschen getrimmt erst mal ein minister immer aufzuschreiben warum das was er will nicht geht also nie so diese denken wir machen jetzt mal sondern diese denke haben naja wir müssen alle risiken betrachten und dann kommst du natürlich auch zum ergebnis und lass es besser wie es ist jetzt gar keine beamtenschelte oder so aber das hat sich bei uns ganz schön glaube ich so in das system festgefressen dann ist es natürlich so wir haben auch wirklich verdammt viel geregelt und in deutschland muss alles kontrolliert werden war krone habe ich ja immer gemerkt wenn du mal was nicht geregelt hast hat es für spätestens zwei tage später die ganzen leute gegen dich weil es nicht geregelt hat das muss man ja auch mal in aller deutlichkeit sein die leute wollten ja bis ins kleinste kleinigkeit dass wir alles regeln damit sie dann eben diese regeln befolgen und denken dann haben wir alles richtig gemacht ich glaube wenn das mal so ausdrücken im gesundheitswesen wo ich mich sehr gut auskennt ist die burgotie ja auch groß in krankenhäuser in altenheimen und so weiter ich glaube dass die wahrheit eine misstrauenskultur ist die in seinem land entstanden ist zwischen kostenträgern und leistungserbringern zwischen was weiß ich alles und wenn wir und ich glaube einfach auf diese frage des misstrauens da wächst einfach nichts gutes es bringt immer mehr kontrollen und deswegen finde ich müssen wir christdemokraten mal einen ansatz haben und versuchen da durchzusetzen wo wir regieren und da müssen wir auch gesetze schlanker machen wo wir sagen wir gehen erst mal davon aus dass die menschen vernünftig sind und ihnen was zutrauen und nicht alles regeln so und dann glaube ich kriegen wir auch wieder entscheidungsfreiheit dass der landrat mehr entscheiden kann in seinem landkreis der bürgermeister mehr vor ort entscheiden kann wir auch vielleicht in den ländern mal ab und zu ein bisschen mehr entscheiden können da wo wir zuständig sind wie wir es heute kennen das heißt aber der bund muss sich dann auch mit abschließenden bundesstaatlichen regelungen wenn ich das mal so sagen darf ein bisschen mehr zurückhalten so und dann gibt es eine andere grundsatzfrage die müssen wir im sozialbereich einfach entscheiden unsere sozialgesetze sind deswegen so kompliziert weil wir die einzelfallgerechtigkeit im blick haben und wenn du das im blick hast dann bist du kompliziert so man kann auch eine andere gesetzgebung machen und sagen wir machen es gröber pauschal es geht dann aber auf die einzelfallgerechtigkeit so und da muss man finde ich in der gesellschaft drüber reden was wollt ihr wollt ihr einfach dann ist nicht mehr die einzelfallgerechtigkeit in dem umfang gewährleistet wie heute oder wollt ihr es wie heute so und ich würde mal sagen dass man das aushalten muss so eine debatte es gibt für beides finde ich gründe es so zu machen dass zum beispiel der vdk heute so viele mitglieder hat wie noch nie liegt ja daran dass eine sehr gute arbeit macht in der beratung der menschen wenn sie durch sozialrecht müssen bis hin zu rechtsvertretungen vor unseren sozialgericht ja man kann das so machen ich meine die kleinen leute können mit einem geringen beitrag für den vdk oder auch für den sovd das ist ja der andere verband in diesem bereich wie sie bewusst dass beide nennen kann man natürlich jetzt sein recht durchsetzen aber es bindet gerichte es bindet gutachten ja also auch mutigen politiker langer rede kurzer sehen ich finde die cdu soll jetzt auch beim grundsatzprogramm mal überlegen wollen die sozialgesetzgebung etwas pauschaler damit es wieder durchschaubarer wird ich wäre dafür man muss ja auch nicht sofort ist total pauschal machen aber wissen wo ich hin will bis hin einzufall gerechtigkeit weg aber das wichtigste ist das sage ich mal es es kann einfach nicht sein dass wir wirklich diese misstrauenskultur ja ich habe in corona festgestellt dass unsere erd wo wir den impfstoff den ersten impfstoff hatten wo wir ihn dann an die arztpraxen gegeben haben da haben ganz viele sagt wie kannst du das an die arztpraxen geben die werden mit dem impfstoff nicht die schlimm kranken impfen sondern werden was weiß ich ihren privatpatienten geben es ist nicht passiert die ärzte haben es im aller regel der fälle in ihren praxen die leute wo sie angst haben wenn sie corona kriegen dass die dann dort gehen als allererste geimpft weil sie ärzte sind weil sie auch ein gewissen haben und das hat mir gezeigt wieso ist eigentlich diese misstrauenskultur und ich finde cdu leute müssen immer sagen wir sind gegen misstrauen wir trauen den leuten was zu die menschen haben ein gewissen wir haben in eine gesellschaft werte und darauf verlassen wir uns auch ein bisschen ja super marco wie ist das bei dir thema bürokratie überregulierung wir haben schon mal getroffen ja das war ein hammer abend wie du berichtet hast wie lange das dauert um den kita anbau zu errichten und vieles mehr was muss getan werden damit wir endlich mal herauskommen aus dieser überregulierung und bürokratisierung wir brauchen dringend mehr gestaltungsspielräume vor ort und entscheidungskompetenzen ich stelle gerade den haushalt auf für nächstes jahr bei uns im landkreis wir geben über 400 millionen euro aus und der anteil zum beispiel der sozialleistung an unserem haushalt wächst auf von 60 prozent auf 64 prozent das heißt die gestaltungsspielräume außerhalb dieser bereiche die schrumpfen mit jedem haushalt und ich muss zum beispiel diskutieren kann ich für unsere kreisfeuerwehr eine investition tätigen damit die eine drohnengruppe aufbauen und bei großen brand einsetzen eine drohne einzusetzen damit feuerwehrleute nicht ihr leben riskieren diese frage muss ich mir dann stellen kann ich mir das leisten weil mein haushalt derartig eingehängt ist auch zum beispiel durch kosten der jugendhilfe und ähnliches mehr also wir brauchen gestaltungsspielräume vor ort und ich würde mir wünschen dass wir weniger förderprogramme haben beispielsweise weniger förderprogramme dafür mehr geld geld und ihr entscheidet und wir entscheiden dann selbst dann der bürgermeister entscheiden macht er den schulhof oder macht er den sport und der steht es dann in der verantwortung genau und wenn das dann nicht läuft und wenn die leute es gut oder schlecht finden dann hat er vor ort dafür die politische verantwortung aber dann können die bürger auch mit ihrem verantwortlichen darüber reden und nicht mit einem fördermittelgeber irgendwo in berlin oder bonn so das wäre fünf millionen bekommen für bildung für schulen für kita und dann könnt ihr entscheiden wo es am besten aufgenommen ist und nicht diese ganze das wäre auch für die bundespolitik ein einfacher schritt und auch für die ministerien würde uns ein viel papier das nehmen wir auf ins grundsatzprogramm der cdu deutschlands und deswegen haben wir uns auch heute getroffen ja vielen dank marco prietz und karl josef laumann jetzt kickern wir wieder geht ihr oft in die kneipe dort kann man ja kickern oder seid ihr oft gegangen oder oder gehst du noch karl josef also erstmal kickern kann ich in der kneipe wo ich hingehe nicht mehr warum nicht früher kommt man bei uns in der pommes wo ich jung war ja aber nein in der kneipe gehe ich natürlich schon ich finde zum dorfleben gehört auch dass man mal gibt es bei euch noch eine kneipe ja wie groß ist das dorf wo du wohnst also der kleine also die bauerschaft wo ich lebe 1200 einwohner und wir haben zurzeit noch drei gaststätten bei 1200 einwohner drei gaststätten drei gaststätten und ich sage immer wenn die ganzen dörfer sagen unsere dorfkneipe macht zu dann liegt das ja nicht an den kneipen also du hältst du hältst die auch am laufen ich trage bei ja wie oft schaffst du das einmal im monat da schaffe ich schon einmal im monat komme ich schon noch mal eine kneipe ja also es ist klar man hat wenig zeit aber ich finde irgendwie du hast eine cdu vorstandssitzung wo soll die denn sonst sein ich finde eine cdu vorstandssitzung in einem dorf gehört in der dorfkneipe ja und nicht irgendwo in eine geschäftsstelle oder ja und nach der vorstandssitzung steht man auch noch mal eine halbe stunde vor der theke finde ich vor allem wenn alle mit dem verraten gekommen sind ist ja auch kein problem marco wie ist das bei dir gehst du noch in die kneipe ich habe zuletzt tatsächlich mit unseren auszubildenden gekickert vor einigen wochen und ja kneipen haben wir auch noch ein paar wird weniger aber ich glaube auch dass wir insgesamt alle gut daran tun mehr die orte wo wir uns begegnen am laufen zu halten und vor allen dingen die orte zu hegen und zu pflegen wo sich auch die generation noch begegnen eine freiwilligen feuerwehr oder beim schützenverein oder sonst wo oder im sportverein und ich glaube wenn da jeder von uns ab und an mal vom sofa hoch kommt und sagt da treffen wir uns da sehen wir uns dann tut das allen gut und ich sag mal so wenn man will dass im dorf eine kneipe bleibt da muss man auch dann wenn man mal was feiert bei seinem 50 geburtstag oder 60 geburtstag da muss man auch mal in die dorfgleiche gehen mit seiner gäste super jetzt wollen wir mal gucken was ihr drauf habt wir kickern bis zwei und karl josef laumann du kommst mal hier rum du kannst da stehen bleiben ich nehme mein mikro mit und das andere sehr gut so das ist der marcel das ist einmal darum das ist der marcel schlegel mich unser wie nennt man das bei dir bist die regie produktionsleiter unser produktionsleiter haben wir auch einen ball ja wir spielen bis zwei der wird einfach von der seite eingerollt einfach rein genau und es gibt immer die bekannte frage beim kickern was würdet ihr machen müsst dabei spielen ja marco was würdest du machen wenn du bundeskanzler wäre es was wäre die erste sache die du angehen würdest josef das ist deiner du musst den anderen jetzt nehmen sehr gut sehr gut die erste sache die als bundeskanzler also ihr müsst ins tor ne ja ja wahrscheinlich würde ich würde ich mir um gottes willen ja du hast meine frage verstanden marco ich würde dann überlegen ob ich mir als allererstes mal ganz viele landräte und bürgermeister einladen würde um mal zu hören was vorzulösen ist das wieder dein spieler ja ok und dann würde es erstmal eine bestandsaufnahme machen ja ja also so lange hat es ja noch nie ja ohne drehen ohne drehen genau also die würdest du dir einladen ja gut gut kai josef wenn du bundeskanzler wärst was willst du als erstes machen mich zum arbeitsminister machen das ist interessant da weiß ich gar nicht wie jetzt ob das verfassungsrechtlich geht ob ein bundeskanzler auch arbeitsminister sein kann die bundeskanzler war das nie dein ziel bundeskanzler zu werden weil schuster bleibt bei deinem leisten ich glaube einfach schuster bleibt bei deinem leisten und ich sag mal ganz oft interessieren eben diese themen arbeitsminister sozialminister am meisten ja ich glaube auch nicht dass ich so fürs internationale und dann ist es auch gut wenn es jemand anders macht ja finde ich übrigens richtig gut die einstellung dass man das macht was man am besten kann stopp jetzt kommt unser produktionsleiter das ist auch noch nie passiert das ist eigentlich eine runde bier jetzt wert wäre das was für dich bundeskanzler marco würdest du das ganz ausschließen oder du stellst ja richtig gemeine fragen ja nein ich glaube nicht ich glaube ich bin da wo ich bin ganz gut aufgehoben ja sind doch jung 2-0 das war's karl josef laumann marco prietz hat spaß gemacht danke euch wir sehen uns wieder in wenigen wochen schon die gesprächsgäste stehen schon fest zu einer neuen folge von einfach mal machen alles gute bleibt gesund bis dahin tschüss